Der Tag lief wunderbar. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir hatten die Gelegenheit genutzt, auch Ihnen die praktischen Dinge des Gebäudereinigerhandwerks, auch theoretische Grundlagen zu vermitteln. Und ich hoffe, Sie wissen jetzt, dass Reinigen viel, viel mehr ist wie Putzen. Ich glaube, in den Stunden, die ich jetzt mit Ihnen und den Mitarbeitern hier in diesem Objekt verbracht habe, ist deutlich geworden, wie komplex die Aufgabe des Gebäudereinigungshandwerks ist. Also von Sicherheitsfragen natürlich, die Sicherheitseinweisung, die jeder Mitarbeiter braucht, über die Frage auch des Arbeitsschutzes, mit welchen Mitteln arbeite ich, aber natürlich auch Fragen, wie schütze ich das Objekt, mit welchen Oberflächen muss ich mit welchen Mitteln reinigen. Ich würde sagen, es ist fast eine Wissenschaft für sich und es war hochinteressant, für mich auch spannend, dass über 650.000 Menschen in Deutschland als Gebäudereiniger arbeiten. Das ist eine wahnsinnig große Zahl von Menschen und deswegen ist es gerade auch für uns in der Politik wichtig, zu wissen, wie die Arbeitswirklichkeit für die Menschen ist, aber natürlich auch, wie wir in Zeiten eines Fachkräftemangels, das haben wir ja auch besprochen, wie wir dafür sorgen können, dass die Menschen möglichst lange und auch in guter Qualität ihre Arbeit machen können und unter guten Bedingungen. Und ich glaube, das war für mich heute ein ganz wichtiger Tag und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, diesen Einblick bekommen zu haben und wünsche natürlich Ihnen und allen Mitarbeitern von Herzen alles Gute. Vielen herzlichen Dank.